Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. Heute möchte ich mal wieder ein paar Aktien von meiner Liste der noch zu analysierenden Firmen runterbekommen und daher mache ich in diesem Video zwei Schnellanalysen. Die Bewertung ist natürlich die gleiche wie bei den normalen Analysen. Ich kann jetzt schon einmal verraten, heute haben wir wirklich zwei absolute Top-Unternehmen, die wir uns genauer anschauen. Lasst euch überraschen. Viel Spaß mit dem Video. Dann kommen wir zur ersten Analyse. Das wäre die Linde PLC. Im Anschluss kommt dann die nächste Analyse und das Unternehmen, was da drin ist, ist absolut top. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Fangen wir aber erst einmal mit der Linde an. Die Linde PLC ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der in den Bereichen Industriegase und Engineering in über 100 Ländern tätig ist. Das Unternehmen produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischer Therapie zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Linde PLC ist ein börsennotierter Industriekonzern mit Sitz im irischen Dublin und operativer Zentrale im britischen Guildford, welcher 2018 durch die Fusion der deutschen Linde AG mit dem ursprünglich ebenfalls von Carl von Linde gegründeten und im Ersten Weltkrieg konfiszierten US-amerikanischen Konkurrenten Praxair entstand. Also hier beachten, dass es sich hier um ein irisches Unternehmen handelt. Fangen wir dann mit dem Chart an. Ich blende diesen mal kurz ein. Hier muss man dazu sagen, dass der Chart für die PLC erst seit dem Zusammenschluss mit Praxair in der jetzigen Form, also ab 2018 vorhanden ist. Auf langer Sicht sehen wir einen schönen Aufwärtstrend. Hier wird wunderbar ein Aufwärtstrend durch einen nächsten, noch steileren abgelöst. Da wir langfristig aber auch mittelfristige Aufwärtstrends haben und fast am Alltime-High kratzen, kann ich hierfür 9 Punkte vergeben. Auf kürzerer Sicht sehen wir ein ähnliches Bild. Schöne mittelfristige Aufwärtstrends werden durch noch steilere abgelöst. Hierdurch sehen wir auch einen kurzfristigen Aufwärtstrend, der immer noch intakt ist. Da wir hier keine Schwäche sehen, kann ich ebenfalls 9 Punkte vergeben. Nun zu dem Bollinger Band, das eher für die kurzfristige Betrachtung interessant ist. Das Bollinger Band wird schmaler, die Volatilität sinkt etwas. Der Kurs bewegt sich leicht über der 20er-Tageslinie. Das sieht nach einem leichten Kaufsignal aus und daher kann ich 7 Punkte vergeben. Als nächstes die Stochastik. Der Kurs bewegt sich im oberen Bereich des Bandes. Das sieht nach einem leicht überkauften Markt aus und daher vergebe ich 3 Punkte. Rechts von mir seht ihr jetzt das Datenblatt für die Punkteverteilung in den einzelnen Bereichen. Hier trage ich die Bewertungen in die einzelnen Kategorien ein. Am Ende der Analyse werde ich dann das Ergebnis für die rationale Kaufentscheidung selbstverständlich zeigen. Kommen wir zu den externen Firmenbewertungen. Der Piotrowski-Wert liegt bei 5 von 9 Punkten. Der Wert bestimmt die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Da der Wert über 5 liegt, kann ich hier für jeden Greetings-Score-Punkt, also in dem Fall 1 mal 2, gleich 2 Punkte vergeben. Beim Moody's Analystik-Wiz-Score gibt es 9 von 10 Punkten. Der Wert bestimmt oder bietet eine Messgröße des Kreditrisikos. So, jetzt haben wir es. Bei der Risiko-Chance-Bewertung hält das Unternehmen 4 von 5 Punkten. Da ich hier den Wert mal 2 nehme, kann ich 8 Punkte vergeben. Ja, dann kommen wir jetzt mal wieder zu den Analysten. Was sagen die Jungs und Mädels zu Linde? Also 21 sagen kaufen, 4 sagen übergewichten, 5 sagen halten. Daraus berechnen ich einen Durchschnittswert von 4,5 von 5 Punkten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 309,28 Euro. Und dabei reicht die Spanne von 216,83 Euro bis 362,86 Euro. Nimmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so liegt dieser bei 16,28 Euro. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von gerade einmal nur noch 5,56%. Ist nicht wirklich viel. Aber die Analysten sagen dennoch, wir sind positiv gestimmt und das zählt mehr. Und dementsprechend kann ich 9 Punkte vergeben. Kommen wir nun zur Aktienanzahl. Hier sieht man, ob sich zukünftige Gewinne auf mehr oder weniger Aktien verteilen. Also die Aktienanzahl sinkt seit dem Zusammenschluss jedes Jahr leicht ab. Seit 2018 ist die Aktienanzahl um 6,33% runtergegangen. Das ist sehr gut und von der Höhe genauso wie von der Tendenz begeistert mich das. Und daher kann ich 8 Punkte vergeben. Dann kommen wir jetzt zur Bilanz. Hier werden die Punkte dann automatisch im dunkelgelben Kästchen zusammengezählt. Ja, fangen wir mit dem Umsatz an. Also der Umsatz lag letztes Geschäftsjahr bei 27,2 Milliarden Dollar und im Vorjahr bei 28,2 Milliarden Dollar. Sieht natürlich nicht gut aus, weil weniger Umsatz generiert worden ist. Aber man muss hier natürlich das Corona ja mit berücksichtigen. Der Umsatz wurde in den Jahren zuvor immer gesteigert und durch den Zusammenschluss ist der Umsatz fast doppelt so hoch wie vorher bei der Linde. Also ich berücksichtige das Corona-Jahr und da ich die starke Marktstellung kenne, sehe ich den Umsatzrückgang als ein Einmaleffekt an. Und daher gibt es hier ein kleines Pünktchen. Dann kommen wir zum KUV. Das liegt bei 5,03. Das ist ein kleiner, mir zu großer Wert. Vor allem, da wir letztes Jahr diesen Umsatzrückgang hatten und weil ich gerade ein bisschen gnädig war, normal zählt bei mir ja hier eher die Tendenz, vergebe ich mal hier keinen Punkt, weil der Bereich ist mir jetzt ein bisschen zu groß. 5,03. Wenn sie eine Umsatzsteigerung gehabt hätten, würde ich natürlich auch die Zahl anders werten. Ich gehe auch davon aus, dass die nächsten Jahre wieder positiv werden. Aber wir werten hier die Vergangenheit und dementsprechend muss ich jetzt so handeln. Kommen wir lieber zu den Gewinnen. Die sehen auch viel besser aus. Der EBTA-Gewinn lag letztes Jahr bei 7,549 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es noch 7,305 Milliarden Euro gewesen. Die Marge liegt bei 31,73%. Also bei dem EBTA-Gewinn konnte trotz Umsatzschrumpfung, was wir ja gerade gesehen haben, dennoch der Gewinn erhöht werden. Was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Dazu trägt natürlich die Marge dabei, denn die konnte gesteigert werden. Und das ist so gut, dass ich hier einen dicken, fetten Punkt vergeben kann. Dann kommen wir zum KGV. Das erwartete KGV liegt bei 29,4%. Ist mir ein bisschen zu hoch. Gerade bei so einem Wert, der doch eher defensiv angesiedelt ist. Und daher bin ich mal wieder böse und vergebe hier keinen Punkt. Sie ist halt auch nicht günstig, die Aktie. Muss man auch sehen. Und das zeigt sich natürlich gerade an Kennzahlen wie KUV und KGV. Na gut, aber wir werden noch genügend andere Punkte sammeln. Kann ich versprechen. So, dann kommen wir zu den liquiden Mitteln. Die beliefen sich letzten Jahres bei 3,8 Milliarden Dollar. Das ist ein guter Betrag und daher vergebe ich den Punkt. Auch die Einkapitalkote sieht sehr gut aus. Sie liegt nämlich bei 58,76%. Dafür kann ich locker einen Punkt vergeben. Dann kommen wir zu den Schulden. Die lagen letztes Jahr bei 38,6 Milliarden Dollar. Im Vorjahr waren es noch 35 Milliarden gewesen. Wir hatten aber von 2018 auf 2019 eine Senkung auch gesehen. Da wir aber dennoch höhere Schulden haben wie 2018, vergebe ich hier keinen Punkt. Ich möchte gerne in dem Bereich halt eine negative Tendenz haben. So, dann kommen wir lieber zum Nettoverschuldungsgrad. Der sagt ja auch viel besser, ja, was über die aktuelle Schuldensituation aus. Und hier haben wir einen Wert von 4,51. Also das Unternehmen könnte seine kompletten Schulden in gut viereinhalb Jahren mit seinem EBTA-Gewinn zurückzahlen. Und das ist ein sehr guter Wert. Und da sieht man auch, dass Linde eigentlich keine Probleme mit seinen Schulden hat. Und daher kann ich hier mit voller Freude einen Punkt vergeben. Dann kommen wir zur Dividende. Letztes Jahr wurden 3,85 Dollar ausgeschüttet. Und nach vorher das Jahr 3,50 Dollar. Die Dividendenrendite liegt bei 1,4 Prozent. Also wir haben eine Steigerung bei der Dividende. Und die Dividendenrendite ist in einem Bereich, der okay ist. Und daher kann ich hier den Punkt vergeben. Dann kommen wir noch zur Ausschüttungssumme für die Dividende. Die liegt nämlich bei gut 2 Milliarden Dollar. Ist kein Problem für das Unternehmen, denn das Free Cashflow liegt bei viereinhalb Milliarden. Und ja, die Dividende kann also locker aus der freien Mittel bezahlt werden. Und daher gibt es hier einen weiteren Punkt von mir. So, dann schauen wir mal kurz. Wir konnten hier in dem Bereich 7 Punkte einsammeln. Dann werfen wir lieber einen Blick in die Zukunft und kommen zu den Schätzungen. Also der Umsatz soll jetzt ordentlich gesteigert werden. Konjunktur läuft an. Linde kann jetzt wieder mehr Gase verkaufen. Und dementsprechend macht sich das natürlich auch sofort in den Zahlen bemerkbar. Der Umsatz soll jetzt bei 30,24 Milliarden Dollar liegen. Gut, im Vorjahr waren es ja 27,2 gewesen. Also die Absackung, die Schrumpfung, die wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, ist jetzt vorbei. Und Linde macht jetzt wieder mehr Umsatz. Und auch in der Zukunft soll es dann so weitergehen. Weil darauf das Jahr soll der Umsatz dann von 30,24 auf 32,2 Milliarden steigen. Und darauf das Jahr auf 34. Also die Höhe ist gut, die Steigerung ist vorhanden. Und daher kann ich hier beide Punkte abdrücken. Dann schauen wir uns die EBTA-Gewinne an. Also, wir haben wohl einen vermuteten EBTA-Gewinn in diesem Jahr von 10,2 Milliarden Dollar. Und im nächsten Jahr soll er dann auf 10,9 Milliarden steigen. Und darauf das Jahr auf 11,6. Also die Höhe ist sehr gut und die Steigerung ist ebenfalls vorhanden. Und daher kann ich wieder zwei Punkte abdrücken. Dann kommen wir zum KGV. Das soll jetzt bei 29,4 liegen. Darauf im Jahr runtergehen auf 26,8. Und darauf das Jahr runter auf 24,2. Also die Tendenz ist gut. Und der Wert ist in zwei bis drei Jahren auf einem so guten Niveau, dass ich dann hierfür auch beide Punkte abdrücken kann. So, dann kommen wir zur Dividende. Es wird vermutet, dass wir eine Dividende jetzt sehen von 4,36 Dollar. Und im nächsten Jahr dann 4,73 Dollar. Und darauf das Jahr wahrscheinlich 4,76 Dollar. Also die Dividendenrendite in drei Jahren liegt so bei 1,55 Prozent. Steigerung ist vorhanden und ist auch ganz ordentlich. Vor allem jetzt von diesem auf nächsten Jahr auch. Und die Rendite ist auch okay. Und daher gebe ich wieder beide Punkte. Das vermutete Free Cashflow soll von 4,55 Milliarden Dollar in zwei Jahren auf 4,97 Milliarden Dollar steigen. Also die Dividende kann weiter aus dem Freimittel bezahlt werden. Und die Steigerung ist auch vorhanden. Also alles wurde erfüllt, damit ich beide Punkte abdrücken kann. Ja, und so haben wir dann halt 10 Punkte hier erreicht. Dann kommen wir zu den News. Da ältere News im Kurs schon eingepreist sind, schaue ich ja eher auf die News der letzten Tage, Wochen. So konnte ich keine kursrelevanten News finden. Und daher schmeiße ich mir hier mal einmal kurz die letzten Quartalzahlen rein. Ich möchte ja wenigstens ein bisschen was vermelden. Ist ja zumindest aber auch die Zahlen jetzt ein paar Wochen her. Die kamen glaube ich Ende November raus. Oder Ende Oktober, Anfang November. Irgendwo in dem Zeitraum kamen sie raus. Aber sie sind trotzdem relevant, weil sie ja dann immerhin die Zahlen ausdrücken, wie es im letzten Geschäftsquartal gelaufen ist. Labern wir nicht lange rum. Also, Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,73 Dollar je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,15 Dollar je Aktie gewesen. Also, eine schöne Steigerung konnten sie jetzt hier hinlegen beim Gewinn. Im abgelaufenen Quartal hat Linde 7,67 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung von satten 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,86 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet worden. Und die Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,67 Dollar vorhergesagt, während sie den Umsatz bei 7,55 Milliarden US-Dollar gesehen haben. Also, die Zahlen waren sehr gut gewesen. Und, ja, leider gibt es nicht viel mehr zu berichten. Aber das ist ja bei dem unter anderem auch normal, dass da nicht so viel passiert an der News. Aber ich muss das News-Bild bewerten. Und, ja, für das durch die Quartalzahlen doch leicht positiv angehauchte News-Bild kann ich 6 Punkte vergeben. Dann kommen wir zu den Insider-Trails. Also, ich konnte in den letzten beiden Jahren 12 Verkäufe, aber auch 6 Käufe entdecken. Ja, für das Bild kann ich 4 Punkte abdrücken. Dann kommen wir zum Fear & Greed Index. Ja, dieser Index gibt ja einen Überblick über die aktuell forschen Emotionen am Markt. Und der liegt jetzt wieder bei 38. Und daher berechne ich 7 Punkte. Dann kommen wir zum Währungsrisiko. Ja, bei dem Unternehmen muss man natürlich den Euro berücksichtigen. Und da wir uns im Euro befinden, kann ich hier die dafür vorgegebenen 5 Punkte vergeben. So, dann kommen wir zu meiner Bewertung. Also, Linde ist natürlich ein super Unternehmen. Zum einen sind sie in einer Branche tätig, die Zukunftsaussichten haben. Oder die zukunftssicher sind. Ich sage nur das Thema Wasserstoff, das für weitere Fantasie und Potenzial sorgen kann. Außerdem gehören sie zu den 3 Unternehmen, die auf der Welt den Markt absolut beherrschen im Bereich Gase. Das gibt eine sehr große Sicherheit. Ansonsten stimmt eigentlich auch der Rest bei dem Unternehmen. Die Verschuldung ist gut, die Gewinne sprudeln und in der Zukunft werden sie ihr Geschäft auch ausbauen können. Die Schätzungen sind genauso optimistisch wie die Analysten. Einziger Nachteil ist natürlich die aktuell hohe Bewertung. Sie ist bei dem Unternehmen nicht unberechtigt. Denn Sicherheit und gute Aussichten werden selbstverständlich eingepreist. Linde ist gut, aber auch nicht billig. Und daher vergebe ich 9 Punkte. Also, ich packe den Wert jetzt auf die Watchlist. Erst bei Kursschwäche wird das Unternehmen für mich jetzt wirklich interessant. Steckt im Kurs bei den niedrigen Kursen mehr Potenzial, dann kann ich mir eine erste Position gut vorstellen, denn ich will ja auch ein bisschen Luft nach oben haben. So, dann sind wir jetzt mit der Analyse fertig und wir wollen ja auch schnell zur zweiten kommen. Dann schalte ich mal eben kurz um auf die Auswertungsseite. Ja, das Ergebnis für Linde sieht sehr gut aus. Mein Tool sagt mir, ich könnte mit einem Anfangsinvestbetrag von 775 Euro, sprich 77,5% von meinem maximalen Startbetrag in das Unternehmen einsteigen. Ja, und der maximale Investbetrag liegt sogar noch höher, nämlich bei ordentlichen 83,7% und insgesamt dürfte ich 2.511 Euro investieren. Also ein Ergebnis, mit dem bin ich sehr zufrieden. So, dann kommen wir zur nächsten Aktie. Das wäre die Abbott Laboratories. Abbott ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsversorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht und produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen von der Prävention und Diagnostik, bis hin zur Behandlung abdeckt. So, dann fangen wir mal schnell mit dem Chart an. Ich blende diesen mal kurz ein. Auf langer Sicht sehen wir einen fantastischen Chartverlauf. Ein Aufwärtstrend wird durch einen neuen, noch steileren, ja, ständig abgelöst. Hinzu kommt, dass der Kurs immer wieder neue Allzeithrofs markiert. Also hier sieht man einen, ja, tollen Chartverlauf ohne große Schwächen und daher kann ich hier 10 Punkte vergeben. Auf kürzerer Sicht sehen wir ein ähnliches Bild. Der Kurs kennt nur eine Richtung, nach oben. Natürlich gibt es immer wieder Verschnaufspausen. Nach einer Konsolidierungsphase setzt der Kurs seinen, ja, positiven Trendverlauf aber immer wieder fort. Das Allzeithoch wurde jetzt überwunden und man kann sich nur überraschen lassen, wohin die Reise noch führt. Auch hier kann ich 10 Punkte vergeben. Nun zu dem Bollinger Band. Ja, das wird aktuell ein bisschen breiter. Die Volatilität steigt. Der Kurs bewegt sich über der 20er-Tageslinie. Das sieht nach einem Kaufsignal aus und dafür vergebe ich 9 Punkte. Dann kommen wir zur Stochastik. Der Kurs bewegt sich am oberen Rand des Bandes. Das sieht nach einem überkauften Markt aus und daher vergebe ich hier 2 Punkte. Dann kommen wir zu den externen Firmenbewertungen. Der Piotrowski-Wert liegt bei 7 von 9 Punkten. Da der Wert über 5 liegt, kann ich für jeden gültigen Scorepunkt, also in dem Fall 3 mal 2, gleich 6 Punkte vergeben. Beim Moody's Analystik-Riskor gibt es 9 von 10 Punkten. Auch ein hoher Wert. Aber das war noch nicht alles. Bei der Risikoschanx-Bewertung erhält das Unternehmen 3 von 5 Punkten. So, und da ich hier den Wert mal 2 nehme, bekomme ich hier wieder 6 Punkte. So, dann kommen wir jetzt schnell zu den Analysten. Was sagen die Jungs und Mädels zu Abbott? Ja, 13 sagen kaufen, 4 sagen übergewichten, 3 sagen halten, einer untergewichten und einer sagt verkaufen. Daraus berechnen ich einen Durchschnittswert von 4,2 von 5 Punkten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 122,67 Euro. Dabei reicht die Spanne von 97,35 Euro bis 139,84 Euro. Nehmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so liegt dieser bei 5,27 Euro. Ja, das wäre ein Aufwärtspotenzial von 4,49 Prozent. Ist genauso wie bei Linde nicht sehr hoch, aber das liegt natürlich auch an der Qualität und an dem hochgelaufenen Kurs. Hier zählt natürlich für mich wie immer selbstverständlich vor allem der Bereich, wie die Analysten die einschätzen. Hier sagen die meisten kaufen und dementsprechend ist das übergewichtet. Und ja, ich kann auf jeden Fall 8 Punkte vergeben. So, jetzt musste ich hier einmal kurz warten, wegen Zwischenspeichern. So, dann kommen wir zur Aktienanzahl. Hier sieht man, ob sich zukünftige Gewinne auf mehr oder weniger Aktien verteilen. Und die Aktienanzahl ist in den letzten Jahren bis 2020 jedes Jahr angewachsen. Also eigentlich ein schlechtes Bild. Aber dann kam dieses Jahr eine Reduktion um satte 10,75 Prozent. Also das ist doch mal ordentlich. Ja, und damit haben wir fast den Stand von 2016 mit einem Schlag wieder erreicht. Dafür kann ich 8 Punkte vergeben. Dann kommen wir jetzt zur Bilanz. Als erstes der Umsatz. Also der lag letztes Jahr bei 34,6 Milliarden Dollar. Im Vorjahr 31,9 Milliarden Dollar. Also wir haben hier eine positive Tendenz. Und in den Jahren vorher wurde der Umsatz ebenfalls jedes Jahr sehr ordentlich gesteigert. Also insgesamt ist das Bild hier beim Umsatz sehr gut. Und daher kann ich den Punkt vergeben. Das KUV liegt bei 6,27. Ja, das ist mir etwas zu hoch, trotz der Umsatzsteigerung jedes Jahr. Also ich vergebe hier mal keinen Punkt. Dann kommen wir zu den Gewinnen. Also der EBITDA-Gewinn lag letztes Jahr bei 8,05 Milliarden Euro. Und im Vorjahr lag er bei 7,31 Milliarden Euro. Und jedes Jahr fallen mehr Gewinne an. Und auch die Steigerungsraten gefallen mir hier absolut. Und daher gebe ich hier gerne einen Punkt. Dann kommen wir zum erwarteten KGV. Also das liegt jetzt bei 28,16. Eigentlich ist mir der Wert auch ein bisschen zu hoch. Da die Gewinnsteigerungen aber sehr gut sind bei dem Unternehmen, vor allem in den letzten Jahren, gebe ich mal einen kleinen Punkt. Und ja, betone hier nochmal, dass das starke Wachstum bei dem Unternehmen hier in dem Bereich auch dann einmal bei mir belohnt wird. Wir haben jetzt im Vergleich zu Linda auch ein viel stärkeres Wachstum bei dem Unternehmen. Und daher bin ich mal gnädig. So, dann kommen wir jetzt zu den liquiden Mitteln. Die lagen letztes Jahr bei 6,8 Milliarden Dollar. Das ist ein sehr guter Betrag. Und dementsprechend kann ich hier den Punkt vergeben. So, und die Einkapitalquote sieht auch sehr gut aus. Die liegt nämlich bei 45,7%. Das ist ein sehr guter Wert. Und daher gibt es wieder einen Punkt von mir. Dann kommen wir zu einem Thema, der nicht ganz so schön ist. Die Schulden lagen letztes Jahr bei 39,5 Milliarden Dollar und im Vorjahr bei 36,6 Milliarden Dollar. Also fast 3 Milliarden mehr wurden jetzt Schulden gemacht. Wir haben hier eine leicht streikende Tendenz auch über die letzten Jahre gesehen. Und daher vergebe ich mal keinen Punkt. Dann kommen wir zum Nettoverschuldungsgrad. Der sagt ja auch viel mehr über die Verschuldungssituation aus. Und hier muss man sich echt keine Sorgen machen. Denn der Nettoverschuldungsgrad liegt bei 4,33. Das Unternehmen könnte also seine kompletten Schulden in gut 4,5 Jahren zurückzahlen. Mit seinem vermuteten EBITDA-Gewinn. Und das ist ein sehr guter Wert. Und dementsprechend kann ich hier den Punkt vergeben. Dann schauen wir uns die Dividende an. Also dieses Jahr gab es wohl eine Dividende von 1,53 Dollar. Und im Vorjahr war es noch 1,32 Dollar gewesen. Wir haben eine Dividendenrendite ungefähr von 1,36. Ist nicht hoch. Aber das kennt man ja bei solchen Unternehmen. Und wir werden auch gleich sehen, auch bei den Schätzungen, dass wir hier auch ein stetiges Wachstum haben. Und daher finde ich das Gesamtbild von den Steigerungen und auch von der Rendite soweit in Ordnung, dass ich den Punkt vergeben kann. Die Ausschüttungssumme für die Dividende liegt bei gut 2,6 Milliarden Dollar. Kein Problem für das Unternehmen, denn das Free Cashflow liegt bei 7,6 Milliarden Dollar. Und ja, die Dividende kann damit locker aus den Freimitteln bezahlt werden. Und genug Geld für eine Party ist auch noch vorhanden. Und dementsprechend gibt es hier einen Punkt. So, dann haben wir hier bei der Bilanz 8 Punkte eingesammelt. Dann kommen wir jetzt zu dem Bereich Zukunft. So, dann schauen wir uns die Schätzung an. Also der Umsatz soll jetzt bei 42,1 Milliarden Dollar liegen. Dann im nächsten Jahr ein bisschen absinken auf 39,9, um dann auf 42,3 Milliarden wieder zu steigen. Zumindest sind so die Schätzung. Also die Höhe ist absolut super. Und ja, die Schwankungen mag ich nicht ganz so. Und daher ziehe ich mal hier einen Punkt ab und vergebe nur einen Punkt. Dann kommen wir zu den EBITDA-Gewinnen. Also wir haben hier ein EBITDA-Gewinn wohl dieses Jahr von 12,5 Milliarden Dollar. Danach das Jahr, wie mit dem Umsatz natürlich auch. Umsatz geht leicht runter. Dementsprechend natürlich die Gewinner ja auch ein bisschen. Aber wir liegen immer noch auf einem sehr hohen Niveau, nämlich bei 11,6 Milliarden Dollar. Und danach steigen wir wieder hoch auf 12,5 Milliarden Dollar, wenn man den Schätzungen Glauben schenkt. Also die Höhe ist absolut super. Und ja, die Schwankungen mag ich eigentlich nicht. Ich gebe aber mal dennoch hier beide Punkte, da der Gewinn bei den Schwankungen ja noch weit über dem des letzten Geschäftsjahres liegt. Und dann kann man auch mal ein bisschen gnädig sein, wenn eine so eine Steigerung ist, trotz der Schwankungen. Da kann man auch ruhigensgewissens ja die Punkte verteilen. Dann kommen wir zum KGV. Also das KGV soll wohl jetzt bei 28,16 liegen und ja, dann in zwei Jahren runtergehen auf 24,09. Die Tendenz ist gut. Der Wert in zwei Jahren ist auch von der Höhenordnung und daher vergebe ich beide Punkte. Dann kommen wir zu dem Bereich, den Dividendenjäger besonders mögen, nämlich die Dividende. Es wird vermutet, dass die Dividende jetzt auf 1,70 Dollar anwächst und im nächsten Jahr auf 1,72 Dollar und darauf das Jahr auf 1,90 Dollar. Die Dividendenrendite wird in drei Jahren so bei 1,59 Prozent liegen. Also wir haben ja eine Dividendensteigerung jedes Jahr und wir haben eine Rendite, die in Ordnung ist. Und daher kann ich beide Punkte aus dem Ärmel schütteln. Das Free Cashflow, also das Vermutete, soll jetzt bei 7,6 Milliarden Dollar liegen und in zwei Jahren dann auf 8,9 Milliarden Dollar steigen. Ja, das bedeutet natürlich, dass die Dividende auch weiter aus den Freimitteln bezahlt werden kann und die Steigerung ist auch vorhanden. Und daher gibt es wieder beide Punkte von mir. So, dann haben wir jetzt hier in dem Bereich neun Punkte erreicht. Dann kommen wir jetzt zu den News. So, einmal haben wir in den News, dass AirBot jetzt seine 391. Quartal-Dividende in Folge vermeldet. Also sie sind ein sehr verlässlicher Dividendenzahler. Und ja, dann gab es auch noch Zahlen. Das EPS lag bei 1,40 Dollar und im letzten Jahr hatte AirBot einen Gewinn von 0,98 US-Dollar je Aktie eingefahren. Also eine sehr, sehr schöne Steigerung haben wir hier gesehen. Und der Umsatz lag bei 10,93 Milliarden US-Dollar und das entspricht einem Zuwachs von 23,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,85 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet worden. Also ein fantastischer, ja, Wachstumsschub, den sie jetzt hier erreicht haben. Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,945 US-Dollar sowie einem Umsatz von 9,56 Milliarden US-Dollar, ja, belaufen. Also haben sie halt geschätzt. Also, Top-Zahlen, Gewinn und Umsatz sehr gut gesteigert und die Analystenschätzungen weit übertroffen. Ja, da es ansonsten nicht viel zu berichten gibt, nur halt die Zahlen und, ja, positive Dividenden-News, ja, gebe ich mal 7 Punkte. Dann kommen wir zu den Insider-Trails. Also ich konnte in den letzten beiden Jahren 72 Verkäufe und einen mickrigen Kauf finden. Naja, zumindest eine Führungskraft hat mal 250.000 Dollar aus dem Portemonnaie gezückt und es hier zugeschlagen. Ist ja auch zumindest mal ein kleiner Beweis. Da das Bild aber ansonsten, ja, eindeutig negativ ist, kann ich hier nur einen Punkt vergeben. Ja, dann kommen wir zum 4-In-Greed-Index und der liegt überraschenderweise genauso wie vor ein paar Minuten bei der Analyse, nämlich bei 38. 39 und daher vergebe ich 7 Punkte. Dann kommen wir zum Währungsrisiko. Hier muss man den US-Dollar mit berücksichtigen und, ja, man kann bei der Währung bis zu 10% an Schwankungsbreite einrechnen. Und daher vergebe ich hier 6 Punkte. Ja, dann kommen wir noch zu meiner Meinung. Ja, was soll ich sagen? Die Firma gefällt mir richtig gut. Sie sind in zukunftssicheren Märkten unterwegs, sind breit aufgestellt, steigern sehr gut ihre Umsetzung und Gewinne und haben, ja, keine Probleme mit Schulden. Seit langer Zeit gibt es eine kleine, aber feine Dividende, die dann noch kontinuierlich erhöht wird. Hier stimmt also sehr viel. Die Qualität hat natürlich ihren Preis, denn, ja, günstig ist die Firma aktuell nicht. Ja, momentan erklimmt sie neue Höchstkurse und, naja, daher ist die Aktie aktuell absolut kein Schnäppchenpreis. Sieht man ja auch teilweise ja auch am KUV und KUKGV. Wirklich zu teuer ist sie aber in meinen Augen nicht, denn, ja, bei dem Wachstum und den Gewinnen kann man so einen hohen Kurs schon rechtfertigen. Denn die Aktie wird über die Jahre, ja, locker in die Bewertungen reinlaufen. Also die Vergangenheit hat gezeigt, sie wachsen. Sie wachsen kontinuierlich und stetig und es wird vermutet, dass es wirklich so weitergeht. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, ja, bis die aktuelle Bewertung auch, ja, fair zu dem Unternehmenswert steht, der halt, ich sag mal, realistisch angenommen wird. So, was ich hier gesehen habe, hat mir auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich hier 8 Punkte fair geben kann. Also mich stört eigentlich nur, ja, die Schwankungen bei den Schätzungen im Bereich des Umsatzes, ja, und des Gewinns. Aber, ja, das ist nicht wirklich schlimm, denn sie bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau, ne, und dass da ein paar Schwankungen drin sind, ja, das kann man eigentlich verschwärzen. Ja, was absolut, ja, gut ist, ja, ist natürlich auch das Gesamtbild, ne, von dem Chartverlauf, von den Analystenmeinungen, von den Zahlen, also, ne, von den Wachstumswerten. Also ich finde das hier wirklich gut, was ich gesehen habe. Also wenn der Kurs mal runterkommt, dann greife ich hier gerne zu, ne, aktuell ist mir das Aufwärtspotenzial ein bisschen zu gering. Der Kurs kann ohne Zweifel noch weiter steigen, ja, auch von diesem Kursniveau her, ne, weil es stimmt eigentlich alles. Ich mag aber, um selber einzusteigen, einen kleinen Abschlag von Höchstkursen und daher warte ich mal eine kleine Schwächephase ab, ne, ich will ein bisschen mehr Puffer haben, damit man auch ein bisschen mehr Kurspotenzial halt halt auch hat. So, also Punkte habe ich vergeben und ich warte jetzt auf jeden Fall auf den richtigen Zeitpunkt und dementsprechend, ja, kann ich mir ja auch noch andere Werte ansehen, aber das ist schon mal ein sehr guter Kandidat für mein Depot. So, dann sind wir jetzt fertig und dann wollen wir uns auch ganz fix mal die Auswertung auf der Auswertungsseite anschauen. Ein wirklich gutes Ergebnis von Abbott. Also muss ich wirklich sagen, der Anfangsinvestbetrag liegt bei 800 Euro, sprich 80% von meinem maximalen Startbetrag. Das ist schon, ja, das haben wir noch nicht oft gehabt. Und der maximale Investbetrag liegt sogar noch höher, nämlich bei satten 85% und mein Tool würde mir erlauben, insgesamt mit 2.550 Euro in das Unternehmen einzusteigen. Also ein absolutes, ja, sehr gutes Ergebnis und ich bin schon gespannt, wo das Unternehmen gleich im Ranking auftaucht. So, das war's dann für heute. Es folgt dann jetzt noch das übliche Ranking im Anschluss. Mal sehen, auf welchen Plätzen die Aktien es geschafft haben. Ich verabschiede mich schon einmal und hoffe, dass die Analysen euch gefallen haben. Falls ja, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir lieber helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kommt ja hin und wieder mal vor, ja, dann macht das auch, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich suche dann mal die nächsten Aktien raus, die ich analysiere. Bis zum nächsten Video, euer Markus. Dann schauen wir uns doch eben das Ranking an. Mal sehen, wo die heute analysierten Unternehmen sich platzieren konnten. Nur zur Info, das Ranking wird durch die Prozentzahl des maximalen Investbetrags bestimmt. Das wäre die graue Spalte rechts. Das mache ich da beim maximalen Anfangsbetrag. So viele kurzfristige Einflussfaktoren mit einfließen, wie der Fear and Greed Index, die in ein paar Wochen und Monaten keine Bedeutung mehr haben. Alle Analysen zu den Firmen findet ihr natürlich auf der Kanal-Hauptseite unter Playlist oder unter diesem Video in der Beschreibung. So, wo sind denn jetzt Linde und Abbott gelandet? Ja, lange müssen wir nicht suchen, denn sie sind weit oben. Einmal haben wir Linde auf Platz 9 und knapp darüber ist Abbott. Also man muss wirklich sagen, fantastische Ergebnisse für die beiden Unternehmen. Und ja, sie haben beide absolute Qualität. Deswegen stehen sie auch nicht ohne Grund da oben. Ich komme einmal kurz runter für alle neuen Zuschauer und alle Interessierten, damit die die komplette Liste einmal sehen. Und dann kehren wir ganz schnell wieder zurück zu den beiden Unternehmen. So, jetzt sind wir unten bei 118 angekommen, bei TUI. Aber wir schauen uns lieber die obere Region an. Die ist ja auch viel spannender, weil hier gibt es viel weniger Risikoabstiege. Ne, ich muss sagen, also beide Unternehmen haben mir sehr gut gefallen. Sie sind natürlich beide sehr hoch bewertet von, ja, vom aktuellen Kurs her. Ja, schwierig zu sagen, ob man da jetzt direkt reingehen soll. Ja, ich würde gerne bei beiden Unternehmen eine kleine Schwächephase abwarten. Die Qualität ist definitiv vorhanden und man kann hier auch wirklich andere Kennzahlen anlegen, wie in KGV und KUV, ja, bei solchen soliden und sicheren und auch, ja, wie bei Ebbott, gut wachsenden Unternehmen. Und dementsprechend ist eine höhere Bewertung auch absolut gerechtfertigt. Aber ich mag halt leichte Abschläge und deswegen warte ich bei beiden Unternehmen jetzt noch ein bisschen ab. Aber ich würde sie beide, ja, sehr gerne in meinem Depot sehen. So, ich würde sagen, das reicht dann für heute. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch-Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!